George Berkeley wurde am 12. März 1685 in Irland geboren. Er studierte Theologie am Trinity College in Dublin. 1713 ging er nach England. Als Erzieher und Hausgeistlicher von Adligen bereiste er Europa. Missionsangelegenheiten führten ihn über den Atlantik zu den Bermudas. Mit 25 Jahren vollendete er seine Theorien und wurde 1734 Bischof von Coyne. Berkeley zählt neben Locke, Hume und Hobbes zu den wichtigsten Vertretern des englischen Empirismus. Bedingt durch seinen religiösen Hintergrund sah Berkeley im seinerzeit immer beliebter werdenden Materialismus eine Bedrohung des christlichen Glaubens. Als konsequenter Empiriker wurde er zum Immaterialisten. Er vertrat die Auffassung, dass allein unsere Empfindungen real existieren. Dinge, Stoffe oder Substanzen, kurz Materie, nennen wir die Ursachen unserer Sinneseindrücke, die wir aber nicht wahrnehmen können und die selbst nicht existieren. Denn Sinneseindrücke sind vielfältige Deutungen und Ideen unseres Geistes, die, so Berkeley, uns von Gott in unsere Seele eingegeben werden. Locke´s Unterscheidung von primären und sekundären Substanzen ließ Berkeley fallen, denn seiner Meinung nach ist alle Wahrnehmung subjektiv, auch jene von Zeit und Raum. Die Wirklichkeit sei an die menschliche Wahrnehmung gebunden. Als wahr gilt nur, was wir wahrnehmen. Objekte gibt es in unserem Geist, aber nicht außerhalb dessen. Sein ist wahrgenommen werden oder wahrnehmen, schrieb Berkeley. Dieses Grundprinzip verdeutlicht unser Modell, indem es die Dinge am Ort ihrer Wahrnehmung platziert, im Geist bzw. den Sinn. Durch das Auge im Kopf sehen wir einen Kramladen und seinen Besitzer. Die Ladenklingel hören wir im Ohr. Wir riechen den starken Parfümgeruch in der Nase. Aus dem Mund unseres Modellkopfes können wir Süßigkeiten nehmen, um den Geschmack der Süßigkeiten nachzuempfinden, die uns der Händler reicht. Unsere Berührung der Modellhand symbolisiert den Händedruck des Ladenbesitzers. Bedeutet dies, dass alles nur in meinem Kopf existiert? Diesen Gedanken, dass ich das einzig existente Subjekt bin und die Außenwelt bloß in meinem Bewusstsein besteht, nennt man Solipzismus. Berkeley entgeht ihm mit dem Hinweis auf Gott. In dessen Geist kommen alle Dinge auch außerhalb menschlicher Subjekte vor, nämlich als Gottes konkrete Empfindungen. Sie existieren aber nicht als Allgemeinbegriffe, wie es die philosophische Tradition vor Berkeley annahm. Die Tafel an unserem Modell kann der Betrachter benutzen, um die Schwierigkeiten beim Zeichnen von Allgemeinbegriffen nachzuvollziehen. Wie zeichnet man beispielsweise ein allgemeines Dreieck, welches weder rechtwinklig, spitzwinklig noch stumpfwinklig ist? Es ist unmöglich, sich ein Dreieck ganz allgemein vorzustellen, ohne dabei an ein konkretes Dreieck zu denken. Alle Vorstellungen sind individuell. Allgemeinbegriffe sind lediglich Namen ohne eigene Realität. Berkeley vertritt damit die Position des Nominalismus. Was?